Das, was wir brauchen, ist natürlich viel, viel Wind. Den Wind nutzen wir schon seit Jahrhunderten und in der Zukunft wird die Nutzung immer wichtiger werden. Windenergie ist eine tratende Säule der zukünftigen Energieversorgung. Und ich bin stolz, dass ich dazu einen Beitrag leisten kann. Der Ausblick, der haut dann ja um. Vor allem ist man immer irgendwo und nirgendwo, wo andere nicht hinkommen werden. Das ist aber herrlich.